Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Herr Schaffner, es ist ein Notfall, ich muss dringend eine Durchsage machen. Okay, geht klar. Liebe Fahrgäste, ich bin Veganer. Eine Kutsche rollt nicht, sie pfährt. Du kommst mir vor wie ein Löwenzahn. Wieso? Naja, einmal kurz geblasen und die Samen sind weg. Und nun, liebe Zuschauer und Zuhörer, das erste Mal in der Geschichte von Lustige Witze, eine Frau wird am Set. Ich bin so geil, du musst mir einen blasen. Okay, mach ich. Aber ich warne dich, ich hab ihn seit 5 Tagen nicht gewaschen. Das macht nichts. Die Frau bläst den Mann ein. Ich bin jetzt so geil, du musst mich jetzt lecken. Kein Problem. Vorsicht, ich habe sie 6 Wochen nicht gewaschen. Das macht doch nichts. Dann leckt er sie. Die Frau geht richtig ab und lässt außerdem mittendrin ein Fahnen. Nachdem sie gekommen war... Tut mir leid, dass ich ein Fahnen gelassen habe und mich nicht beherrschen konnte. Das macht doch nichts, etwas frische Luft zwischendurch tat richtig gut. Freundin vom Kumpel, wie kann das Amphitheater vor 3000 Jahren gebaut worden sein, wenn es erst 2016 ist. Sie ist wirklich sehr hübsch. Sie liegt vor mir. Angekettet. Bereit sich zu öffnen, damit ich mir nehmen kann, was ich will. Ich brühe sie. Die Brötchenzange im Lidl. Erektionen sind Gefühle zum Anfassen. Ich führe ein Leben mit viel Würde und wäre und hätte. Ich bin nicht da. Ich bin mich suchen gegangen. Wenn ich wieder da bin, bevor ich zurückkomme, sagt mir, ich soll auf mich warten. Wir Kerle suchen doch auch alle nur die Frau, die uns an der Morgennatte packt und sagt, das kann ich so nicht stehen lassen. Jobs, die nicht mehr existieren. Steve. Korrektes Gendern. Liebe Mitglieder und Mitvaginen. Beim Bäcker. Ich. Das Ding da bitte. Kassiererin. Das heißt Schnecke. Okay Schnecke, das Ding da bitte. Wenn mir langweilig ist, erzähle ich den Kindern im Edelbad bei Ikea, dass mich meine Eltern schon vor 16 Jahren abholen wollten. Meine Frau wollte falsch im Springen gehen. Ich war ein bisschen besorgt, denn als das letzte Mal, wenn ich was so Großes einstug, sind die Dinosaurier ausgestorben. Ich hasse es, wenn das Toilettenpapier nicht reicht und man nur in kleinen Schritten mit heruntergelassener Hose zum Lidl tippeln muss. Jede Flasche Bier, die man trinkt, soll das Leben um 9 Minuten verkürzen. Hab mal nachgerechnet. Bin 16 oder 23 gestorben. Ja, du schon vor Jesus, Alter. Ja, ich habe eine Frau zu Besuch. Ich bin so geil, du musst mir einen blasen. Okay, mach ich. Geil. Die Frau bläst den Mann an die der Frau an was. Hä? Du meintest, der Mann bläst der Frau rein. In deinem Ernst. Hab ich das gesagt? Ja. Ja, hast du mit mich? Ich glaube, wir fangen nochmal von vorne an. Tut mir leid, dass ich einen fahren gelassen habe. Oh mein Gott. Ich habe den letzten Satz gar nicht gelesen, sonst hätte ich nur noch mehr gelassen. Oh Mann. Nachdem sie gekommen war. Achso, nein, Quatsch. Ich habe das voll in der Zeile verkackt. Yeah, wenn ihr links klickt, kommt ihr auf die letzte Folge. Wenn ihr rechts auf das Logo klickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Denn brandneue lustige Witze gibt es jeden Freitag um 17 Uhr. Jeder liebt Witze und jeder liebt es zu lachen. Also empfiehlt doch diesen Kanal einfach mal an einen Freund weiter. Haut raus. Bis nächste Woche. ila.